Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Äh, Video ist, glaube ich, vollstellig. Audio, Lautstärke im Spiel, Musiklautstärke ein bisschen runterdrehen. Ähm, Mikroverstärkung erhöhen. Ich hoffe, dass man uns jetzt hier gleich nicht doppelt hört. So, Kampagne spielen, mit Freunden spielen. Jetzt kann ich, äh, wie mache ich? Neue Kampagne Lobby erstellen, genau. Infektionszentrum, No Mercy, The Sacrifier, Die Gemeinde, das ist, glaube ich, das Letzte vom Zweiten, glaube ich, ne? Ja, das kann sein. The Sacrifier ist, glaube ich, das Erste vom Ersten. Ja, dann machen wir jetzt The Sacrifier, machen auf Normal, Exklusive Freunde, Offizielle Defi... Genau, Lobby erstellen. So, ähm... Ich bitte den Freunden einladen. Einmal und zweimal. Ich habe euch eingeladen, hoffe ich. Kam was? Jo. Ich muss der Elo noch annehmen. Ja, ja. Der Elo, der unter meinem Namen spielt. Stimmt. Stimmt. Ähm... Ja, Elo, jetzt brauchst du nur noch einen Charakter auszuwählen. Ja, ähm... Stimmt, da. Sehr gut. Dann starten wir mal. Ah, wow, 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 wow. Nimm mal einfach einen Neuling mit, der keine Ahnung, was spielt. Ist nicht schlimm. Ich bin der Erste, der stirbt. Na, würde ich nicht sagen. Ah, ich weiß, was ich mache. Ich schick' mir auch mal vor, versteck mich irgendwo. Hast kein Problem, gib mir einen Sniper und ich räume auf. Du kriegst ein Stück Holz, damit darfst du sie verprügeln. Oh. Ich muss auch erst mal wieder reinkommen, ich, äh, ja. Ich habe schon... Ich weiß gar nicht, wann haben wir denn das letzte Mal gespielt? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe letztes Jahr irgendwann gespielt oder vorletztes Jahr. Irgendwie sowas. Das sah lustig aus. Haha, ja. Du bist so richtig bildet gestorben. Aber das ist nicht der Anfang, ne? Echt nicht? Nein. Das ist nicht der Anfang. Boah, was? Moment. Das ist nicht der Anfang. Moment, dann müssen wir nochmal neu anfangen. Nein, das ist nicht der Anfang. Ja, warte. Zurück zum Hauptmenü, bitte alle. Es tut mir leid. Äh, mit Freunden spielen. Ich war schon tot. Oh, oh. Okay, Kampagnenlobby. Welcher ist denn der erste? Die Gemeinde ist aber bei mir das letzte, was ich da habe. Crashkurs, Todeszone, Flug zur Hölle, Blutdurst, kalter Strom. Äh, das muss eigentlich das Sacrifier sein. Ja, aber das ist das letzte von dem ersten. Echt? Ja. Ich habe noch Mercy Hospital, Crashkurs, Todeszone, Flug zur Hölle. Oh, Prinz, es hört auf, den zu heilen, ey. Blutdurst, kalter Strom. Moment, warte mal, eben Aufnahmepause. So, nach einem kurzen Wirrwarr, weil wir uns nicht einig waren, welches jetzt das erste Kapitel ist, haben wir uns jetzt wieder reingefunden. Ähm, der Elo ist bei mir schon drin, die Nana noch nicht. Was? Ja, nein, ich habe keine Einladung bekommen. Ja, da. Ich brauche eine Einladung. Ich will ja bitte deine Einladung haben. Charakter auswählen. Äh, ich hätte gern Francis. So, jetzt können wir hoffentlich endlich richtig anfangen. Okay, ready? Ready. Das Spiel wird nur drei Sekunden starten. Boom. Habe ich schon gedacht, dass ich Angst habe. Ach, Quatsch. Braust du nicht. Alles wird gut. Wir werden nur ganz oft sterben. Wird schon. Ach, was. Ich habe mich nur gefragt, warum wir nicht direkt auf Experte anfangen. Ach. Am besten Survival. Ja. Survival ist gut. Mann, 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 ey. Na, da ist es. So. Moment, du kurz. Ah, nee, kann ich gar nicht die Dings stellen. Egal. Ich hätte gerne das schöne Ding. Oh Gott, die Steuerung war ja total. Komisch, ey. Warum kann ich keine Muniz? Also, habe ich schon voll in die. Ja. So, wie war das nochmal? Wo müssen wir hin? Hier lang, ne? Elo, fertig? Ich glaube. Ich glaube es auch. Haben wir Friendly Fire an? Aua. Ich habe schon so ewig... Aua. Nicht auf dem... Oh, 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 oh. Na, na, einfach mit ihrem Ding da, ey. Okay, erinnert. Okay, erinnert. Nicht so schnell. Oh, na, ist gleich tot. Ich habe noch 99 Leben. Ich habe mehr, mehr als du. Askan Seraphim hat gerade Cheo Cheese beschützt. Danke dafür. Bitte, bitte. Wir sprechen hier unter falschen Namen. Boah. Lade nach. Habe ich gar nicht die Optionen. Aua, aua. Ich wurde gerade irgendwie von irgendwas angebummst. Holy fucking shit. What the fuck, Wada. Ich habe einfach mal gekannt. Ich habe einfach mal gekannt. Wada. Geht weg. Lustig. Geht weg. Ich sehe nichts mehr. Was ist denn? Was habt ihr getan? Auf Nordel. Da war so ein dickes Vieh da unten. Ja, das ist, das war, das wird irgendwann dein bester Freund werden. Glaubt mir. Da scheint jemand von der Witch. Ja, was? Wo? Da ist. Oh, tatsache. Splitter. Kommt dort. Lade nach. Du bist tot? Dann bist du gar nicht. Du glaubst neben mir. Oh, Leute. Witch. Die hängt hier irgendwo. Warte mal, ich warte nochmal mit. Ah, okay. F war Licht aus. Ich glaube, die hängt hier irgendwo. Hallo. Oh, oh, oh. Hast du sie? Nein, ich habe eine Kranade. Warte, ich habe Boomer. Hier ist wieder ein Boomer. Ah, hier ist er. Oh nein. Fuck it. Äh. Da. Aua, schieß doch nicht auf mich doch. Sorry. Das war aus Reflex. Wo ist denn? Oh. Was ist das? Ja, da. Es leckt mich. Es leckt dich. Der Bill muss sich erstmal selber verarzten hier, ja? Wo war denn die, wo war denn die Witch? Wo ist die? Ich glaube, die ist irgendwo hier. Fräulein. Bist du draußen? Nee, ich glaube, die ist unten. Wo? Ganz unten? Sollen wir die, soll wir die mal umbringen? Oder im Boiler. Die hört sich an, als würde die im Boiler sitzen. Was? Bist du denn da jetzt um die Ecke gekommen? Ach, da. Oh Gott, ist das hier dunkel. Bin hier. Bin hier hinten. Lampen aus. Äh, wie? Oh, hallo, 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 Louis, oh, Louis. Ich suche die Witch. Ja, ich auch. Alter, ich bin hier voll verwirrt. Die ist bestimmt unten. Die ist unten und weint. Oh, die ist oben. Nein, wir kommen doch von oben. Ja, wir kommen von oben. Ja, wir kommen von oben. Aber oben geht's noch weiter. Echt? Wo denn? Alter, ich höre ich schon wieder Boomer. Er ist bei mir. Das ist ein Medikid. Also, Bill direkt mit mir hier durch die Gegend. Und Elo auch. Ich hab Angst. Ich geh einfach schon mal zum Zutsi. Äh, ich hab hier auch einen Katana gefunden. Zutsi. Wurbel, Wurbel. Wurbel, Wurbel. Wo bist du denn? Ich seh dich gar nicht mehr. Alter, wo ist die? Oh, ist die draußen vielleicht? Ach ja, ich warte hier mal auf euch, ne? Ja. Boah, ich bin das gar nicht mehr gewohnt, dass hier alles so schnell geht. Ah, hier geht's ja Tatsache noch hoch. Ah, ne, oh. Okay. Ich hab Küchentücher gefunden. Möchte jemand Küchentücher haben? Hier war ich auch schon drin. Ich seh euch. Ja, ich seh dich auch. Ich hab hier unten die Kotz- und Rollsparty. Also, ich komm mal. Komm mal wieder runter. Du bist komplett draußen wieder. Ich glaub, ich geh. Hast du die gefunden? Hier kommt ja was. Party Hard. Oh. Weil ihr so was gebraucht. Nett. Ah. Warte mal, wo konnte ich nochmal sehr wie viel Muni? Ach, da oben. Okay, ich muss... Ich sollte mal nachladen. Mal. Die ist mit sich ja irgendwo unten, wette. Irgendwann war ein Charter. Ähm, unten. Oh, da ist er. Bitte schön. Bin ich blöd oder sind hier wie viele Läppelscharts vorher? Und ich hab schon auf Normal gestellt. Voll die, voll die Weichmöbel hier. Komm mal jetzt, endlich. Ja, klar. Ich glaub... Ich glaub, ich hör hier was stöhnen. Ah, die Boomer. Und ich hab die... Oh Gott. Sorry. Sorry. Die ist aufgestanden. Ja. Okay, sie hat die wieder eingekriegt. Das war... Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Oh Gott. Oha! Du Hure. Hast du die tot gemacht? Geh sterben, du Hure. Okay, okay, okay. Ja. Witches sind böse. Ich hoffe, das... Ich hoffe, das war jetzt eine Leere. Okay, okay. Er muss sich... Warte mal, der Luis muss sich verarschen. Luis, verarsch dich mal. Für jemanden Bier? So ein Cold Drinks hier so? Ja. Ja, so ein Bier. Bier ist gut. Okay. Warte mal, ich bin runtergekommen, ne? Okay, loswerst. Ist das schlimm? Nein. Der kommt irgendwann hinterher. Vielleicht. Kommt's einfach durch die Gegend. Ist mir egal, ob irgendwas passiert. Hallo. Hallo. Oh, oh, nein. Nein, 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 nein. Keine Ahnung. Da ist er. Will hat Nana beschützt. Immer, immer werfen die sich auf mich, ey. Da hinten. Da liegt Atragung, glaube ich. Ah, da kommen sie. Äh, nee, das Medipack wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Vielleicht gleich, aber nicht jetzt. Wie Nana sich aber da reinschmeißt. Nice. Oh, Entschuldigung. Ich bin wieder angeschossen. Spitter. Ach komm, jetzt muss ich nachladen, oder was? Okay, ich habe kaum noch einen Muni und hier schreit wieder was. Es leckt mich. Es leckt mich. Da oben, da oben, da oben. Bill hat ihn getötet. Ah. Okay, wo mussten wir lang? Hier lang. Okay. Ich weiß nicht, ich glaube einfach. Oh, der erste Safe-Punkt. Nein! Nein! Das ist doch nicht wahr. Was geht bei dir? Elo, schnell, hier unten runter. Nee, gar nicht. Wo müssen wir denn hin? Doch da. Richtig, richtig. Wo kommen die? Oh, die kommt, Mann. Ich glaube, die kommt, Mann. Das ist gemein. Elo. Wo seid ihr? Hier. Komm rein. Nein, du musst gelassen. Nein. Komm rein. Komm, 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 komm. Komm rein. Warte, ich hör zu. Das war nicht übel. Das war nicht übel. Scheiße. Aber durch das Lechtklagse habe ich die meisten Kills rausgekommen. Ja. Ach, war das schön. Mann. Aua. Erste Hälfte vom Ersten, oder? Ja. Oho. Oho. Hat die meisten Kills im Nahkampf erreicht. Oho. Ich fand das lustig. Ja. Ersetzen sie ihre leergeschossene Waffe. Hm. Ich kenne das. Oh, Francis. Warte mal, ich heil mich mal eben. Warte mal gerade. Ich will auch ne Schro... Ne, ich will das da haben. Ich brauch's wie ne... So. Ready to fight? Ja. Rambo. Ne, ich glaub, ich komm mit ner Shotran besser, klar. Ja, ich auch. Einfach, weil die mehr Fläche hat. Geht's einfach mal. Oh! Ich hab... ...der Ausgang ins Gesicht geschossen lassen. Wär mir? Ja. Toll. Der hinten Eier hat auch noch irgendwas. Elo? Ja? Komm. Was war eigentlich, wo lang? Ja, ihr hielt zu uns. Ist da oben nix. Na, wir müssen hier lang. Na, dann mussten wir nicht runter? Ja, ja, ich wollte noch gucken. Okay. Aua! Da hat er den Charge of Bill. Hunter! Wo ist der? Tot! Oh, okay, gut. Ich hab mich drum gekümmert. Hier liegen Waffen. Warum... Nein! Er liebt mich! Leute! Ja, 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 ich komm, ich komm, ich komm! Ich hab dich zwar angeschossen, aber aus Liebe! Ja, immer auch mit dem Spaß. Raus, damit! Irgendjemand, irgendjemand hab ich angeschossen. Tut mir leid. Ja, ich hab Nana grad auch angeschossen. Läuft. Da hängt auch noch einer drin. Elo, kommst du? Ja, da hab ich ihn hier verschrocken. Wo, 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 wo? Nach oben. Also. Hier, hier. Hier. Ich muss mich verarzten, aber ich will nicht. Warum nicht? Lass doch... Ah, nee, Bill hat gar nix mehr. War Bill, du Lusche. Hier sind Molly... 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 Ich hab ne Pipe rein. Ah, da kommen sie. Wo ist er? Vorsicht! Nein! Genau, noch nicht. Äh, ja, da hat's Bum gemacht. Ah! Da! Jar Jar, bei mir! Hey, der hat aufgedacht! Ich mach das gerne, es tut mir leid. Ich schieße gerne anderen Leuten ins Gesicht. Können wir jetzt? Sammel ist Entfernung. Genau, verarzt mich. Ach, nee, ich will. Der soll verarzt werden, wenn ich will, verarzt werden. Ehe liegen, Waffe? Ich hab schon... Ich hab schon ne zweite Pistole. Nana da? Gut. Aber das frag ich eigentlich noch, ob Nana da ist. Warum sagt sie so schnell? Weiß nicht, du läufst, glaub ich, geduckt, oder? Ne, du bist abkrüppeln, deswegen. Munition. Moni! Ah, ist ein Zombie. Äh, nicht nur einer. Drei. Vier. Musst mir hier hinten irgendwo rum? Witch. Irgendwo da ist ne Bitch. Ah! Bitches sind immer gekrüppelt, oder? Ja, sind böse. So wie fast alles hier. Au, 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 au. Ich hab dich geschickt. Spitzer! Ne, Smoker. Muss erstmal wieder reinkommen mit dem ganzen Namen hier, ey. Hilfe! Ja. Liebe! Hab ihn. Charger! Oh, leck mich am Fuß hier, ey. Kamen zwei Charger. Einem Katana-Heap. Ich bin so... Over. Ja, ist gut bei Leif. Oh, oh. Na, ne, ne, nein! Peng! Die Bitch droht weg! Hilfe! Ja. Ich hab Peng gemacht. Ja, das hast du. Ich glaub' ich... Ich hab uns alle Peng gemacht. Ich muss mich verarzt. Ich hab uns alle Peng gemacht. Ja, du solltest besser drauf achten. Oh, warte mal. Ich sollte mich auch mal eben verarzten. Einer Blick. Halt endlich still und lass dich verarzten. Oh, äh, äh, warum verarzte ich dich und nicht mich? Weiß ich nicht, weil ich beautiful bin. Ähm, so. Stollen, Granatwerfer und Pistolen. Pistolen. Ready? Kommt da was? Nein. Alles tut die. Okay. Und Basie? Könnte ich eigentlich auch gebrauchen. Bill, bist du blöd? Hä? Du willst schießt doch nicht. Waffen. Waffen? Wo sind Waffen? AK-47. Wo? Da. Jockey. Was denn? Ah, leg mich doch an den Füßen, was ist hier passiert? Ich hab den Jockey auf mir drauf. Äh. Äh. Okay, okay, ähm. Das sieht übel aus. Bill ist irgendwie am Arsch. Splitter? Smoker? Wo, wo, wo? Ja. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Irgendwo. Arschloch. Ich will mich ja jetzt nicht beschweren. Das hängt bei mir zu gestreckend. Echt? Ja. Komisch, ich nehm auf, aber bei mir hängt's gar nicht. Okay, ähm, wo, äh. Hier ist noch ein Monotop. Ah, hier ist noch ein... Äh. Hier war... Aua, aua. Lepp mich doch an die Füße. Ich bleib mal eben hier stehen, ja? Ich bin angerotzt. So. Wir mussten auch, glaub ich, auch da hoch, oder nicht? Jo, wartet mal. Und was denn? Ah! Aha, schön. So. Brandmonizon für meinen... Ja. Ja. Ja, das ist schön. Aber nur einen Schuss. Und dann... Ich hab zehn Schuss. Acht. So, Raketen mit einem Granatwerfer, ne? Wo ist der Charger? Ich weiß nicht. Oh, nein! Tank. Hier ist irgendwo ein Tank. Ich hab den schon gehört. Ich hab den Moni! Das ist sehr gut. Scheiße, wo ist der? Ist mir egal. Ich mach das schon. Nein, der ist dir nicht egal. Munizioost! Ist noch ein Einzelne? War noch Brandmoni? Munizioost! Das Geräusch kenne ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ein Hunter. Wo? Nee, er hat sich gedacht, das Geräusch kenne ich. Ein Hunter. Mhm, mhm, mhm. Da, da, da ist was. Da ist was. Irgendwas Großes. Da ist ein Charger. Charger tot. Na vorne geschieß ich auf euch, das ist auch kack, ne? Nee, wir müssen jetzt hier verteidigen. Ach, die Sche... Mh... Die Scheiße war das. Betätigen sie die Tür. Ja, ich hab nur noch 18 Leben, Leute, ne? Aua! Da ist der Tank, hier ist der Tank! Tank! Hier, bei mir, bei mir! Lana! Der Tank ist heftig, ja? Kann ich helfen? So gar nicht. Die Heilig! Mit E aufheben! Mit E aufheben! Ja, hilf mir hier! Du musst jetzt mal hoch, Mann! Ich bräuchte mal Hilfe! Wo ist der Tank, wo ist der? Da bei dir! Ich fäng den ab! Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Weg da! Oh, Mann, ich komm ja hin! Das war Absicht! Ist er tot? Noch nicht ganz, aber das war Absicht. Weil wenn er ein Feuer nimmt, kriegt er doch mehr Schaden. Ich komm nicht dran! Ja, ich auch nicht, wegen dem Feuer. Jetzt. Jetzt. Aber ich wollte schon noch mehr Feuer. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich den schönen Licht hab, alleine, aber... Hast du gut gemacht, ja? Hier sind zwei Heal-Packs für euch. Ich werd grad von Bill geheilt. Ich nehm extra gar keinen mit. Du hast was gut. Oh, hier ist ne Maschinengarn. Da ist noch einer, wer nimmt den letzten? Weißt du schon einen? Naja, ich wurde von Bill geheilt. Ich geb Bill jetzt Adrenalin. Okay, dann nehm ich den letzten mit und... Und wenn dann einer bumst, dann bumm sich zurück. Ich mach mal die Tür auf. Ja, ich stell mich hier ans MG. Was? Na, hier. Ich bleib hier irgendwo. Aua! Hallo? Ah, ich bin runtergefallen! Oh, shit! Nein! Ein Schmoker! Schmoker! Boah! Alter, ich werd gebumst, aber so richtig. Come on! Ne, der hat mich außer Gefecht gesetzt. Ach. Alter, ich weiß nicht, wo ich irgendwas schießen kann. Ah. Ich muss schon. Alles in mir, alles in mir, alles in mir. Okay, Bill ist schon mal tot. Ah, ich stehe immer noch mich drauf! Ah, ja, der Jockey! Elo helfen! Ich bin runtergefallen! Nein! Mir geht's beschissen! Warte, 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 warte. Komm, 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 komm. Nimm das Zerbanzzeug, Francis! Wo bist du? Scheiße! Bin raus! Der ist tot! Ich lieg hier! Ja. Dieser Penner! Alter, wir sind alle am Arsch. Wer, wer nimmt dazu? Hier! Ich brauch nichts! Elo, wie viel hast du? 22. Ich hab 20. Hast du noch Adrenalin oder sowas? Nö, nö. Nimm nur, mach für dich. Ei, ei, ei. Okay, okay. Überlebenden retten, ähm. Ach, der hängt da unten drin! Äh, wie, wie holen wir... Ach, da, in der komischen... Hallo, Bill. Jetzt haben wir einen weiteren Unbrauchbaren hier in unserem Team. Hier ist nochmal Muni, ne? Ich sterbe gleich. Wie kommen wir hier nochmal hoch? Ah, hier hinten. Haben wir das jetzt nicht verteidigt? Ja, wir müssen auch raus, aber die kommen ja immer wieder... Oh Gott! Wo, 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 wo? Oh, 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 da hinten um die Ecke. Wo ist der? Äh! Alter, wie weit er einfach geflogen ist. Okay, wir müssen... Elo, hier hoch! Die kommen hinter uns! Ja, ja, komm! Müssen wir hier durch? Nee! Ja, doch, oder? Doch, da oben. In dem Büro. Oh Mann! Scharfschützengewehr. Habe ich. Sehr gut. Und wir hier... Aha, eine Axt. Mordrecht! Ja. Weg da, Svenja! Da kommen sie, ja, die kommen. Weg da, weg da! Ah, ne, 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 ne! Jockey! Okay. Okay, safe? Ich kippe jetzt gleich wieder um. Scheiße. Okay, 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 dann müssen wir hier vorne lang. Und dann kommen kann ich nicht mehr. Wir müssen irgendwie gucken, ob wir für Elo was finden. Lagen hier nicht irgendwelche rum? Ah, Chopper! Ja, ja. Scheiße! Es bringt mich um! Hast du auch noch irgendwas auf dir drauf liegen? Hey, Hilfe! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. All die Mittelteile sind noch dran. Steh auf! Danke Macht! Gut, dich hat er. Ich brauche wirklich einen Arzt! Der nächste Schlag bedeutet den Tod. Hier hinten ist, äh, ne, ne Rohrbombe. Hab schon eine. Okay. Ich hab noch molly. Okay, okay. Wir müssen runter, ne? Also das schon mal nach. Der nächste Schlag bedeutet für mich der Tod. Ich bin's raus. Ja. Scheiße Ja, ich geh dann vor Leute? Okay Wo? Irgendwo hier Tod Ja klar, Bill war's, auf jeden Fall Ja Keiner von uns, niemals Hier? Oh, Spiller Tank, äh, Tank sag ich schon Charger Mann Ja, und ich renn auch noch rein Kenn mich doch So, wir haben hier nichts Was uns irgendwie heilt Könnte, so gar nicht Hier ist noch ein Scharfschützengewehr Okay, mit Sprengladung Das ist nice Kommt mal her Ja Und bist du Ja Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Boah, ich wollte es alles machen Ja, rein schießen Sind alle Bei mir irgendwie Ich nana nicht hochgrad Was nana, wo, wo ist sie? Ich muss sie zurück, aber noch Oh Komm mal hier, ich hab Sprengladen auf, Moni. Okay. Bin ich gut. Jo. Äh, wie weit war das noch? Boomer! Boomer tot. Kein Alarm aktivieren. Ich bin der erste, der tot ist. Ich bin für mich der Ende. Bin ich hier in den Pornshop? Ja, hier, ne? Hier quietscht was. Komm mal rein, 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 rein. Elo? Ich laufe doch schon, aber ich bin zu langsam. Ich bin tot. Scheiße, scheiße, scheiße. Dann müssen wir beide nur noch... Scheiße, mal auf ihn. Nein, ich geh da jetzt nicht raus. Wir warten jetzt aber, bis er stirbt, okay? Dann sollten wir ja eigentlich auch durch sein. Beim nächsten Mal bin ich tot. Hilf mir doch! Oh, oh. Ich muss den Rollenfeuer sterb ich. Hey, halt da mit euch! Ja, dann, dann... Bleib du da liegen. Hilf mir mal jemand? Oh ja, halt die Klappe. Kommst du durch? Wird schon. Zurück in den Kampf, Billy. Ich hab nicht mehr für ihr fünf. Ja, 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 ich komm, ich komm. Bäh. Komm rein, du Krüppelopper. Jetzt hängt er an der Tür fest. Das ist doch nicht wahr. Einmal Tür zu. Ich bin wieder auf. Geht doch. Ich bin wieder auf. Vielen Dank.